Hallo zusammen, Alex Vesper für musikmachen.de. Zwei Neuerungen der Soundcaster Fusion Reihe der Firma Meinl. Die sind jetzt hier mit einem 16er und einem 18er Thin Crash, haben sich etwas verdünnt, wenn man so möchte. 223 Euro kostet das 16er, 265 Euro das 18er. Ganz schönes Design. Mitte, wie man sieht, ist brilliant und außen traditional. Das ist oben wie unten der Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017